einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen unboxing ich habe hier nämlich was schönes bekommen und ich hole das erstmal raus um euch das zu zeigen das kommt demnächst oder ist jetzt auf den markt gekommen oder kommt demnächst auf den markt und zwar bluetooth kopfhörer so ein bisschen wie die apple ipod gemacht so und auf den bildern die ich gesehen habe war das für mich nicht ersichtlich ob das jetzt was für mich oder meine freundin ist weil wenn ihr mich schon länger verfolgt wisst ihr ich mag in-ears nicht aber auf den bildern war es nicht so ersichtlich ob es in-ears sind oder normale ja und deswegen habe ich gedacht guck es dir mal an wenn es für mich nichts ist kriegt es meine frau wenn die zur arbeit fährt dann braucht die kein kabel mehr spannen oder was weiß ich dann einfach die dinger rinnen und fertig ist bluetooth 5.12 mikrofone mit rauschunterdrückung touch taste zertifiziert für ipx6 wasserbeständigkeit 10 stunden musikwiedergabe aptx audio decoding ich habe keine ahnung was das ist lassen wir uns mal überraschen mir hat der design gefallen und weil viele von euch gesagt haben zeigt doch sowas auch mal und da habe ich gedacht wenn ich da angefragt werde warum nicht oh also hier pamus light und hier steht dann was steht da drauf pamu ich finde ja diese diese verpackung mit dem magneten finde ich ja immer ganz nice aber hier steht in chinesisch und in englisch dann haben wir dann hier noch so eine art butterfolie mit silberpanu drauf und hier haben wir schon die kopfhörer weil die ladestation ist hier mit bei ich werde die mal auspacken so haben wir da drunter noch was da drunter haben wir auch noch was hat aber ein bisschen gewicht okay und was haben wir hier drinnen einen kleinen usb kabel usb c zu usb in anleitungs heft in klein aber es ist glaube ich deutsch mit bei oder chinesisch schritt eins schritt zwei werden wir ohne anleitung machen aber es ist deutsch definitiv mit bei so dann ist ein usb kabel mit bei also usb zu usb c zum laden die werden hier drin geladen das gucken wir uns nachher gleich an ach es sind doch leider schade 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 die leuchten schon warum leuchten die habe ich die jetzt angeschalten irgendwie ich glaube ich habe die gerade irgendwie aus versehen angeschalten ich habe da gar nichts gemacht ach so weil ich darüber gewischt habe ach jetzt ist aus ist ja geil gerade durch zufall festgestellt auf der anderen seite geht es nicht ja das muss ich mir gleich nochmal durchlesen ach hier haben wir dann auch noch zusatzteile falls man größere oder kleinere ohren hat ja und das war das was da halt mit bei ist mehr ist da nicht mit bei kurzes knappes unboxing dann werden wir jetzt gleich mal einen cut machen und irgendwie gehen die gerade auch an und werden uns gleich mal die hardware angucken aber ich glaube ich muss dann doch mal in die beschreibung gucken dann würde ich sagen bis gleich ahoi sagt euer odin 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 Vielen Dank.